Und woher kommst du? Ich komme aus der Schweiz. Oh, wie schön! Und woher genau aus der Schweiz? Also die Stadt, in der ich wohne, heisst KUR. Nee, sagt mir nichts. Ja, es ist im Kanton Graubünden. Vielleicht kennst du Arosa oder Sankt Moritz. Ist das in der Nähe von Zürich? Ja, es ist so eineinhalb Stunden entfernt von Zürich. Witzig, dass du aus Zürich kommst. Da war ich auch schon. Ah, schön, ja. Ja, genau, ich komme aus Zürich.